Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und solange ich von meinen Leuten nichts gehört habe, muss ich sie leider bitten, unsere Gäste zu bleiben. Und wir fahren mal zu den Eltern. Der wohnt noch bei Mama und Papa. Der Schweiger, der hält sich für perfekt, richtig? Ganz genau. Das heißt, sein ganzes Leben, alles was er kontrollieren kann, hält er ebenfalls für perfekt. Ich fange nochmal an, dann wird es perfekt. Okay? Ich glaube ja auch. Der wohnt noch bei Mama und Papa. Bettina und Leo Gartner. Also, er ist sein Schwiegervater. Nee, ist er Schwiegervater? Ich hab's los mit dieser Psychonummer. Na, das ist ja meine Epoch. Die Kartoffeln haben Sie doch auch in einem... Die verstehen schon, was ich meine. Wir warten jedenfalls, bis die Tür zu ist. Vors, bitte! Du wolltest mir was zeigen. Ja, ähm, dieser Bruder von dem... Entschuldigung! Ich hab ja ein Video von einem Schaulustigen, das hat er mit einem Handy aufgenommen. Ähm, excuse. Halt, das versteht. Und? Ich hab ein Hänger. Ja, wurscht. Entschuldigung. Ernster Fall. Mord. Ich will ein Sexualmord. Hau mal sowas. Gleich. Warte, warte gleich. Sieh dich aus. Was? Na ja, du bist mir einfach Sex schuldig. Lauf, weiter. Wow. Das ist ja... Ich hab nicht ein Video, oder? Nicht. Davai? Dore, we dich ja. Ist eine gute Sache. Na, präschi dann. Du schiedi. Na, ist eine gute Sache! Hahahaha! Ah, ja, 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 ja. Hau, ha, ha, ha. Oder penibler Einzeltäter, der zur Sicherheit und um die Spuren zu verwischen einfach nur einen Brandsatz nachwirft. Ja, aber nach der Theorie fällt für mein Pf... Ja, aber nach der Theorie fällt für meine Pfitten die Antifa... Also ich fang nochmal an. Ja, aber nach der Theorie fällt für mich... Also persönlich. Ähm, was ist denn mit dem Molotow-Cocktail? Eigentlich braucht der noch einen... Wir laufen weiter. Sie fragt eine seltsame Theorie. Wer seid ihr denn komplett unfähig? Verdammter Hacker, ey. Morgen. Morgen. So, was ist jetzt mit der fremden A von den Fingernägeln? Auf Wiedersehen, ich komm nochmal. Ja, mit der fremden A. Zedl, ne? Für mich ist die Pall da auch noch immer raus. Das ist schon wie Schakoddelmann. Ich spreche schon wieder. Entschuldigung. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck. Paolo musste die Familie näher... Paolo musste die Familie näher retten. Jetzt habe ich die Kamera geschaut. Paolo. Ja. Drei. Paolo musste die Familie näher... Was? Na? Seine Schwester ist im Garten weggelaufen und sowas geht in den Kreisen überhaupt nicht. Moment. Seine Schwester ist im Garten weggelaufen und sowas geht in den Kreisen überhaupt nicht. Noch immer nicht. Du bist kein Mörder, Theo. Verrat! Alita! Bes сказал wir mal, jetzt? Naaaa! Yaaahhhh! Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank, wie lieb von dir. Danke. Tschüss. Perfekt.